Willkommen beim Geld, einen guten Abend. Die Banken und die gesamte Finanzbranche sind in einer gewaltigen Veränderung. Neuanbieter machen der traditionellen Banken Konkurrenz und Digitalisierung hat dafür gesorgt, dass man die meisten Bankgeschäfte heute auch locker vom Smartphone aus tätigen kann. Bei vielen Instituten sind die Einnahmen unter Druck die Auflagen der eidgenössischen Finanzmertaufsicht und Kapitalanforderungen hingegen nehmen immer mehr zu. Vieles, was früher erlaubt war, darf heute nicht mehr oder nur noch unter strengen Auflagen ausgeführt werden. Gleichzeitig stellen die Digitalisierung die rekordtiefen Zinsen und Negativzinsen der Schweizerische Nationalbank, dem Bankensektor, vor grosse Herausforderungen. Wo geht die Reise im Finanzsektor hin? Und was bedeuten all diese Veränderungen für unsere Kundinnen und Kunden? Darüber reden wir heute mit Michael Steiner, dem CEO der Akrevis Bank. Ja, wir sehen den ganzen Sektor, der gesamte Finanzbranche, geht durch eine gewaltige Veränderung, durch einen Umbruch kann man sogar sagen. Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen? Ja, die grösste Herausforderung überhaupt ist sicher die Digitalisierung. Digitalisierung in aller Munde. Zwei weitere grosse Herausforderungen sind aber auch die Negativzinsen und die Regulierung, die uns seit längerer Zeit sehr beschäftigt. Bei der Digitalisierung ist natürlich, abgesehen von der Frage, welche Dienstleistungen in Zukunft gefragt sind, ist natürlich die grosse Herausforderung auch die Balance zu finden zwischen Herkunft und Innovation. Und da geht es auch immer um Menschen und diese Balance zu finden, das ist sicher grosse Herausforderung für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch für unsere Mitarbeitenden ganz generell. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Wie reagieren Sie als Chef einer grossen Regionalbank hier in Ostschweiz? Ja, einerseits natürlich, dass man die Menschen dahinter nie vergessen, insbesondere, dass man immer persönlich für unsere Kundinnen und Kunden hier sein könnte. Das ist nicht ganz selbstverständlich, wenn man an Themen wie Regulierung oder Negativzinsen denkt. Andererseits ist auch die Agilität ein ganz wichtiges Thema. Ist zwar ein Schlagwort im Moment in aller Munde, aber ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges, weil wir wissen alle nicht, was in fünf bis zehn Jahren über die Digitalisierungswelle passieren wird. Und da ist wichtig, dass wir bereit sind und schnell und flexibel reagieren können. Und darum auch unsere Systeme können auf das ausrichten. Eine grosse Herausforderung sind auch die Negativzinsen von der Nationalbank. Was bedeutet das für Ihr Institut, vor allem aus Kundenperspektive? Wie kann man sicherstellen, dass man als Kunden möglichst eben nie Negativzinsen zahlen muss? Also vorab einmal, wir werden uns mit Händen und Füssen wehren, dass wir Negativzinsen nicht an Normalsparer weitergeben müssen. Ich glaube, das ist für uns einmal ein ganz zentrales Thema. Wir schauen die Situation für Kunden immer im Einzelfall an. Das heisst, wenn die gesamte Kundenposition ganz verschiedene Geschäfte bei uns hat, dann ist das Thema Negativzinsen im Moment kein Thema. Wenn hingegen nur ganz grosse Millionenbeträge beispielsweise auf Konten liegen, dann ist das für uns natürlich auch sehr schwierig. Man zahlt auf der einen Seite Negativzinsen Kunden nicht. Das geht auf die Dauer natürlich dann auch nicht. Mit der Digitalisierung verändern sich auch die Bedürfnisse von den Kundinnen und Kunden. Möglichst viele Bankdienstleistungen sollten fast rund um die Uhr und überall zugänglich sein. Dieser Trend nutzen Jungfirmen, die mit neuen Ideen und Technologien den Bankensektor aufmischen. Die FinTechs sind darauf ausgerichtet, die Effizienz zu erhöhen und alte Methoden durch automatische Abläufe zu ersetzen. Was bis jetzt Menschen gemacht haben, wird immer häufiger, auch im Finanzgeschäft, vom Computer und Roboter übernommen. Michael Steiner, wo geht jetzt die Reise im Zug von der ganzen Digitalisierung im Bankensektor hin? Wir sagen immer, es gibt zwei verschiedene Bereiche. Das eine ist, dass wir unsere eigenen internen Prozesse automatisieren. Sie haben es vorher gerade angesprochen. Das ist aber etwas, das schon seit 20 Jahren so läuft. Das wird auch so weiterlaufen. Nehmen wir den Zahlungsverkehr. Da ist unterdessen 97% komplett automatisiert. Und es ist für unsere Mitarbeiter, aber auch für unsere Kundinnen und Kunden eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, da wird sich noch sehr viel tun, auch gerade in Zusammenarbeit mit FinTechs. Das zweite Thema ist dort, wo der Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden passiert. Dort wird sicher weiterhin sehr viel passieren. Wir sind überzeugt, für uns eine Omnichannel-Strategie zu fahren. Das heisst konkret, wir haben verschiedene Möglichkeiten für den Kunden, die wir anbieten möchten. Ein persönlicher Kanal, wo ich überzeugt bin, dass das immer noch der wichtigste wird sein. Aber dann auch ein Self-Service, wo man die Möglichkeit hat, als Kundin oder Kunden jederzeit auf die Dienstleistungen zuzugreifen. Über das Mobile, über das Internet, wie auch immer. Ein wichtiger Teil ist auch das Geld anzulegen. Allerdings fragt man sich hier im Zug der Digitalisierung. Werden die Vermögen bald nur noch vom Computer und Roboter verwaltet? Also genau werden wir seit 20 Jahren wissen, wie das wird aussehen. Ich bin fest überzeugt, dass das nicht passieren wird. Stellen Sie sich vor, Sie erben einen grossen Batzen Geld und fragen sich, was Sie damit machen wollen. Sie haben nur ein Roboter-Wissen. Ich bin überzeugt, dass man auch in einem persönlichen Beratungsgespräch die Situation mit den Menschen anschauen möchte. Und wenn ich aber auch glaube, dass das Beratungsgespräch immer mehr durch technische Hilfsmittel unterstützt wird, wo man Simulationen machen kann, wo man Veränderungen, die Auswirkungen aufzeigen kann usw. Also ich glaube, dort in der Beratungsunterstützung wird sich sehr viel tun. Wir sehen, die Technologie wird immer wichtiger. Was benötet das für Kundinnen und Kunden? Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Also einerseits glaube ich, hat man mit dem Handy, mit dem Mobile-Phone, hat man jederzeit Bank im Hosen-Sack. Wenn man das denn will. Man kann sehr viel selber erledigen, sogenannte Self-Service. Andererseits glaube ich, dass eben genau die Beratung, wie ich es vorher gesagt habe, wird immer mehr unterstützt werden durch Technologie. Also für mich sind das so die zwei wesentlichsten Themen, die ich auf absehbare Zeit sehe. Danke vielmals für die Einschätzungen, Michael Steiner. Danke vielmals. Digitalisierung macht vieles einfacher, schneller und oft auch billiger. Digitalisierung schafft enorme Chancen, beinhaltet allerdings auch Risiken. Offensichtlich ist das bei Betrugsfällen im Internet. Immer häufiger versuchen Internetkriminelle an ahnungslose Konsumenten Geld abzujagen oder sie sonst über den Tisch zu ziehen. Wie sind die Schäden versichert? Wenn man Opfer wird von Internetbetrugern, antworten darauf und Tipps, wie man sich schützen kann, sehen Sie uns das nächste Mal wieder bei uns im Geld. Einen schönen Abend.